Nachtleben, das ist Begegnung, das Leben feiern, Musik, Brotpflanzung. Letztlich stürzen uns doch alle nur in die Nacht, um diesen einen Menschen zu finden, neben dem wir ein Leben lang aufwachen möchten. Und wenn man hier so zuhört, da kriegt man ja direkt selber Lust, sich mal wieder ins Nightlife zu stürzen, mal wieder ein bisschen in den Bären zu melken, ein bisschen in die Drüse kitzeln. Bleibst du immer so rum? Nee. Du? Mir hat so'n Vollidiot sein Cocktail-Schirmchen ins Auge gerammt. Das ist ein Skinny Niagara, sugar-free. Probier mal. Ah, fuck! Ich hab' meinen Freund ins Auge geküsst. Du bist mein Junge. Au! Fuck, das brennt Hölle! War vorher noch beim Thailänder, sorry. Lass uns auf ein Date gehen, Sunny. Ich hab' eher suboptimale Erfahrungen gemacht mit Typen wie dir. Was bin ich denn für'n Typ? Ein Typ aus dem Nachtleben. Das bedeutet Stress. Was sind das für Vorurteile? Ich bin kein Stress. Ich steck' in ernsthafte Schwierigkeiten. Was ist denn ernsthaft? Wo ist Renzo? Der ist nicht da. Ihr habt eine Nacht. Morgens 12 Uhr ist Deadline. Die Betonung liegt auf Dead. Wir müssen aus Berlin verschwinden. Wir müssen untertauchen. Keine Sicht. Ich hab' heute'n Date. Ey, dieses Date ist mir verdammt wichtig, okay? Ihr werdet'n super romantischen Abend haben. Ich spür' das. Lauf! Lauf! Ich hab'n seriösen Plan. Hallo Sunny. Ähm, alles klar? Ähm... Ähm... Toll, siehst du was? Was ist hier passiert? Äh... 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 Ich geh' jetzt nach Hause. Alleine! Liegt das an mir, oder was? Sie können auch ein paar Meter hinter euch laufen. Wirklich, ich hab ein ganz normales Leid. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da.